Von vorne betrachtet hat sich am Design des iPhone 8 und 8 Plus nichts getan. Es sieht genauso aus wie seine Vorgänger iPhone 6, iPhone 6s und iPhone 7. Wir haben hier weiterhin den allseits bekannten Touch-ID-Button. Dieser funktioniert wie erwartet schnell und zuverlässig. Bei dem Display hat Apple nicht wirklich viel erneuert. Apple setzt hier weiterhin auf ein 5,5 Zoll Retina HD-Display mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixeln. Die Pixeldichte beträgt weiterhin 401 ppi. Somit kann man auch bei stärkerer Sonneneinstrahlung noch genug auf dem Display erkennen. Neu ist der erweiterte Farbraum, der für eine noch bessere Farbdarstellung sorgen soll. Dies fällt jedoch nur im direkten Vergleich mit Fortgängermodellen minimal auf. Auch neu ist das sogenannte True-Tone-Feature. Das sorgt dafür, dass sich der Weißwert an die Umgebung anpasst, sodass der Eindruck erscheint, man würde ein weißes Blatt Papier in der Hand halten. Dies funktioniert auch ausgesprochen gut. Auch 3D-Touch findet weiterhin seine Verwendung im neuen iPhone. Mit Fingerabdrücken hat man keine großen Probleme, denn das Display hat wieder eine sehr gut funktionierende, fettabweisende Beschichtung. Wenn man sich nun die Rückseite des iPhone 8 anschaut, fällt einem sofort die neue Glasrückseite ins Auge. Und diese zieht Fingerabdrücke wie ein Magnet an. Bei Schwarz noch mehr als bei der weißen Variante. Erstmals seit dem iPhone 4S setzt Apple hier wieder auf eine Glasrückseite. Diese wirkt deutlich hochwertiger, ist jedoch auch deutlich kratzanfälliger als die Aluminiumrückseite. Ähnlich wie bei dem iPhone 7 in Jet Black. Nach nur zwei Wochen Benutzung fallen schon die ersten größeren Kratzer ins Auge. Daher empfiehlt es sich, ein Case dazu zu benutzen. Apple hat die Glasrückseite natürlich nicht ohne Grund verbaut, denn durch diese ist es nun möglich, das iPhone per Wireless-Charging aufzuladen. Apple setzt dabei auf den QI-Standard. Dies bedeutet, dass auch Dritthersteller-Pads unterstützt werden. Jedoch sollte man beachten, dass das Laden über Wireless-Charging momentan deutlich länger dauert als über das mitgelieferte Netzteil. Ein Update seitens Apple soll aber noch folgen. Dennoch muss euer Charging-Pad über das sogenannte Fast-Charging verfügen, denn sonst wird es nicht schneller laden können. Aber ihr könnt auch jetzt schon Fast-Charging nutzen. Was ihr dazu braucht, ist lediglich ein Lightning auf USB-C-Kabel sowie ein Adapter, wie ihr auch bei den neueren MacBooks beiliegt. Beides ist leider im Lieferumfang des iPhones nicht enthalten und kostet somit schlappe 75 Euro mehr. Jedoch mit Fast-Charging lädt das iPhone innerhalb von 30 Minuten 50% auf. Das ist doch ein ordentlicher Wert. Wenn wir doch schon mal beim Akku sind, kommen wir auch direkt zur Akkulaufzeit. Diese ist weiterhin sehr gut, jedoch hat sich zu den Plus-Modellen aus den Vorjahren nichts Spürbares getan. Das ist natürlich etwas schade. Man kommt gut durch den Tag und hat am Ende meistens noch 20-30% über. Wenn man jetzt aber zu den High-End-Nutzern zählt, empfiehlt es sich an längeren Tagen dann doch vielleicht mal eine Powerbank mit dabei zu haben. Aber ist das iPhone 8 überhaupt etwas für High-End-User? Das iPhone 8 ist das schnellste iPhone, das es je gab. Und ich würde sogar so weit gehen, dass es das schnellste Smartphone auf dem Markt ist. Apple setzt hier auf den hauseigenen A11-Bionic-Chip. Dieser werkelt mit sechs Kernen, zwei davon sogenannte Hochleistungskerne und vier davon sind die energieeffizienteren Kerne. Im Benchmark-Test erzielte das iPhone erstmals einen unglaublichen Wert von über 200.000 Punkten. Auf dem Gerät hakt nichts. Die Spiele laden rasant schnell und Verzögerungen treten überhaupt nicht auf. Das Surfen im Internet nimmt das iPhone mit links. Es ruckelt rein gar nichts. Alles läuft total smooth und flüssig, wie man das von einem neuen iPhone erwartet. Natürlich ist dafür mitverantwortlich auch das neue Betriebssystem iOS 11, das zum Marktstart des iPhone 8 herauskam. Im Gegensatz zu iOS 10 hat sich hier nun das Kontrollzentrum spürbar verändert. Ihr könnt nun eine Bildschirmaufnahme machen und auch das Kontrollzentrum so anpassen, wie ihr es einfach haben möchtet. Dazu müsst ihr einfach nur in die Einstellungen gehen und könnt dort alle Apps so anordnen, wie ihr das im Kontrollzentrum denn haben möchtet. Vielen ist beim Kauf eines neuen Smartphones ja auch die Kamera sehr wichtig. Diese braucht sich hier nicht zu verstecken. Wir haben hier zwei Kameras verbaut. Eine Weitwinkelkamera mit einer 1.8er Blende und eine Telekamera mit einer 2.8er Blende. Beide lösen mit 12 Megapixeln auf, jedoch besitzt nur die Weitwinkelkamera eine optische Bildstabilisierung. Eine große Neuerung gibt es nun in der Kamera-App, denn dort hat man nun die Möglichkeit, den Portrait-Modus auszuwählen. Dieser stellt das Objekt, das im Vordergrund sein soll, scharf und den Hintergrund unscharf. Dies funktioniert meistens auch echt gut und sorgt für den sogenannten Spiegelreflex-Kameralook. Des Weiteren könnt ihr nun auch verschiedene Belichtungsmodi wählen, vom natürlichen Licht über Studiolicht, Konturenlicht bis hin zum Bühnenlicht. Bei der Videoaufnahme sind nun bis zu 60 Frames per Second in 4K möglich und unglaubliche 240 Frames per Second in Full HD. Das ist echt sagenhaft, das schaffen noch nicht mal die 5, 6, 700 Euro Kameras. Die Frontkamera löst mit 7 Megapixeln auf und macht ganz hinnehmbare Fotos. Da gibt es noch mal deutlich bessere Kameras Apple. Der Videomodus unterstützt hier 1080p und die Blendenöffnung beträgt 2,2. Ein Blitz fehlt auf der Vorderseite, daher hat sich Apple hier was einfallen lassen und setzt auf den Retina-Blitz. Dies bedeutet, dass das iPhone-Display für eine kurze Zeit auf volle Helligkeit gestellt wird und quasi als Blitzersatz dient. Zu erwähnen ist auch, dass das iPhone nach IP67 Spritzwasser geschützt ist. Somit sind Pool- und Strandausflüge gar kein Problem mehr. Apple gibt aber auf Wasserschäden keine Garantie. Allerdings gibt es sehr, sehr viele YouTuber und auch sehr viele andere Leute, die das iPhone mehrere Stunden unter Wasser gehalten haben und es funktionierte danach noch einwandfrei. Wenn ihr im Meer wart, solltet ihr das iPhone mit normalem Wasser reinigen, da das Salz und Süßwasser des Meeres die Dichtungen des iPhones angreifen könnte und somit den Wasserschutz mindert. Aber für wen ist dieses iPhone 8 jetzt eigentlich, welches ja am Schatten des iPhone X steht? Technisch gesehen ist das iPhone 8 fast wie das iPhone X aufgestellt. Wir haben hier den gleichen Prozessor und auch fast die gleiche Kamera verbaut. Einzig das Display, welches ein LCD-Display ist und die dickeren Displayränder unterscheiden sich zum großen Bruder. Außerdem haben wir hier noch die Touch-ID und nicht die Face-ID. Also man kann quasi sagen, dass das iPhone 8 für die ist, die auf Vertrautes setzen wollen. Wir haben hier noch das klassische iPhone-Design und die zuverlässige und altbekannte Entsperrmethode, die Touch-ID. Der Akku hält hier sogar etwas länger durch als beim 10er. Preislich liegt das iPhone 8 Plus bei 909 Euro in der 64 GB Variante und 1079 Euro in der 256 GB Variante. Die kleineren Modelle kosten jeweils 110 Euro weniger. Die대 Body Die Toy condensed Die 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 Die